Herzlich Willkommen hier in Brixen auf der Akitent 2021. Herzlich Willkommen hier auf der Akitent 2021. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Aber am Ende haben wir ein Vase gefunden, es war gut für alle drei. Jetzt haben wir die Jury, wie schon wie bekannt von den anderen Jahren, der Gerhard Tusch, der den Post-its ein bisschen übernommen hat. Dann haben wir Philipp Piccoloroz aus Grön, es ist ein Bildhauer und ein Modellbauer, er unterrichtet auch in der Kunstschule. Und dann haben wir noch die, genau, die Veronika Turin, also die auch eben mit Keramik viel zu tun hat. Wir haben drei Jury. und eine Ceramiker und das ist die Prämie. Wir haben einen dritten Preis. Und natürlich haben wir hier jemanden aus Italien. Der dritte Platz ist eine Italiener und eine Frau. Sie nennt Tatjana. Vielen Dank! Wir haben auch ein zweiter Platz. Aber es ist kein Italiener, nicht ein Schweizerer, nicht ein ... ... Centrolese? Nein! Es ist aus Deutschland. Ich bin in Großbritannien. Ich bin in Europa. Ich bin in Europa. Ich bin in Europa. Ich bin das auch, weil dieser Mann, der zweiten Prämier, ich bin hier, das kriege! Ich bin nicht mehr so, ich bin eigentlicher Name. Ich bin Kai Spearley. Hallo, Leute, wir kennen uns die Bonsisten. Nun ist es der erste Ort, der von Vaso ist und es ist kein Ungarer, es ist kein Italiener. Wir kennen ihn alle, er ist schon bekannt als Sieger und er hat es wieder geschafft, das zweite Mal einen ersten Platz zu bekommen. Christian, komm zu uns! Untertitelung des ZDF, 2020 Christian, komm zu uns!